Wehe dir. Warum das jetzt meine letzte Runde ist? Weil Kylo da ist, Digga. Und ihr dürft ja nicht vergessen, seit viereinhalb Jahren, seit ich Kylo habe, ist eigentlich Dienstagabend, Freitagabend und Sonntagabend Kylo immer bei Anna, weil Anna weiß, dass wenn ich streame und Kylo da ist, ich nicht bis zwei Uhr nach streame, weil irgendwann der Hund halt auch genug gepennt hat und ein bisschen Aufmerksamkeit möchte. Und das in den letzten viereinhalb Jahren hat Anna immer, immer alles dafür getan, dass der Hund dann bei ihr ist. Und dieses Wochenende, also Freitag bis heute, ist es halt nicht machbar, weil sie auch jetzt was Wichtiges zu tun hat. Und da muss man es auch mal respektieren und alles gut. In letzter Zeit bist du, glaube ich, oft abgelenkt im Stream. Meine Vermutung ist Online-Kasi nebenbei. Deine Vermutung ist Schwachsinn, Digga. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Begründung du meinst, dass ich heute abgelenkt wäre. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte heute auch natürlich Bock gehabt zu streamen. Und zwar auch lange, bis zwei Uhr noch eine Runde Pimmelparty, aber geht halt einfach nicht. Ich hatte erst überlegt, heute den Stream komplett ausfallen zu lassen und dafür morgen Abend zu streamen. Aber Montagabend-Stream ist halt einfach vom Feeling nicht so wie ein Sonntagabend-Stream. So, wir landen hier. Ich habe die 45 klar bekommen, ja. Man merkt doch keinen Unterschied. Für mich ist schon ein Sonntagabend-Stream der besonderste Stream eigentlich immer. Boah, Sonntagabend, weiß nicht. Weil es gechillt ist, oder? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Sonntagabend ist halt Sonntagabend. Also Sonntagabend-Stream kannst du mit keinem anderen. Hinter uns sind auf jeden Fall welche gelandet. Hä? Warst du schon in diesen Häusern hier drinnen? Nein, nein, nein. Da sind Gegner, habe ich doch gerade gesagt. Achso, ich habe gedacht, du meinst auf der anderen Seite. Nein, nein, nein. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Da ist jemand ins Haus reingegangen, wo wir gerade drinnen waren. Da ist jemand drin. Oh shit. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Lass ihn. Okay. Why? Ähm, in dem Haus genau, wo wir eben drinnen waren, in der Scheune. Kommt, der kommt jetzt. Okay. Hab ich. Diese Scheiß, diese Scheiß. Wie du da standst und dir das angeguckt hast. Ja. Unter dir ist noch eine Kiste. Uh. Lass doch mal jetzt. Vielleicht ist hier was drin. Natürlich nicht. Ist ja klar. Hier ist noch eine Platte für dich. Ich habe gerade auch eine Platte gefunden. Also, falls du sie brauchst, nimm du die dann lieber? Nein, nein. Ich bin voll. Okay, perfekt. Hier liegt noch eine Waffe für dich. Oh, perfekt. Das habe ich gehofft. Hast du die Waffe genommen, ja? Ja. Hier ist noch eine Platte für dich. Du hast hier die andere Platte, die ich dir gegeben habe, nicht geholt, glaube ich. Oder nicht reingetan? Äh. Ach nee, nicht reingetan. Geholt schon. Dann bist du fool. Yes. Komm mal in meinen Keller. Dann zeig dir mal ein richtiger Haar. Hier im Keller mach ich den hier. Warte, äh. Warte, äh. Immer dieses Hochklettern. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Das ist echt, also. Nice. Ja, ich fand es auch verdächtig, wie Regina es gerade gefühlt hat. Was habe ich gefühlt? Die Bewegung. Okay, also ich sehe, dass da irgendeine Story hinter dieser Bewegung steht. Nein. Bei dir eine Story oder bei mir jetzt? Nein, bei dir jetzt. Nein. Also. Nein. Warum sollte, warum ist es denn verdächtig, dass ich das fühle? Was, was bedeutet? Hat einer im Chat geschrieben gerade. Okay. Wahrscheinlich gibt's eine Story hinter, bei mir. Ja. Keine Ahnung. Okay, erzähl dir die Story. Hatte ich sagen, ja, erzähl. Nein. Es gibt keine Story. Was, was, keine Ahnung. Es hat sich jedenfalls so angehört. Nee, nee, nee. Gibt's nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Ich hab viele Stories auf Lager. Dazu hab ich keine Story. Aha. Ja. Hier vorne Gegner. 190 Meter von uns entfernt. Mhm. Ja, dann lass da mal einen sneak peekenden Hasen kurz hin machen. Ja. Ah, ich sehe sie. Einer links an der Tankstelle. Einer direkt vor mir. Äh, einer direkt vor mir. Ja, der kommt, ja. Und der andere kommt da auch direkt. Ja. Der ist auch auf dem Weg hierher. Ah. Oh, der hat schön Cash gehabt. Hau dir die Platte rein, Regina. Oh, danke. Oh, ja. Droppen wir dabei dein Geld. Sü. Und dann gehen wir zum Einkaufswagen hinter uns wieder. Dann hole ich uns den Loadout. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. So, dann wollen wir mal luschern. Lass mal zum Auto da vorne. Ich glaube, hier sind eigentlich keine Gegner mehr. Und hier ist noch eine Kiste. Wie viele Platten hast du? Vier. Okay, gut. Das reicht ja erstmal. Mhm. Hier ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir hier vorne mal zum Auto. So. Hm. Ich will kurz den Bounty-Auftrag. Okay. Oh, ja, na, Sichi, Digga. Na, Sichi. Was denn? Ja, die sind so weit weg. Guck mal. Ach so. Im Prison drin. Es ist halt einfach... Bei Prison... Also, ich fahr da jetzt mal ein bisschen hin, aber... Ja, aber da reinzukommen, wenn die da jetzt oben stehen. Schwachsinn. Ja, die stehen da oben, da auf dieser Brüstung des... Ich stehe die da oben, Hermut, oder? Bestimmt. Bestimmt. Ich markier nochmal kurz selber auf dem Radar, wo die sind. Ja, die... Ey, ich geh mal davon aus, dass die in der Mitte sich den Helikopter gleich holen. Okay. Wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn die das machen. Ja. Natürlich. Da komm. Rein wieder. Toller Bounty-Auftrag. Oh, oh. Oh, oh. Wir sterben. Save gleich, wenn du so... Ah. Krass. Ja, alle echte Driver, Digga. Huh. Ja, Moin. Äh, Loadout für uns. Wie viele kommen da runter? Ich muss mal kurz gucken. Einer. Das ist gut. Das heißt, kein Gegner in der Nähe. Aber wir steigen aus. Ah doch, ein Loadout hier. Also das heißt, wir können Gegner in der Nähe sein. Nimm dir am besten eine Geistklasse. Okay. Äh, genau. Ah, fuck you. Jau, jetzt habe ich dieses Schild. No. No, das sind zwei, das sind zwei. Rechts und links. Rechts und links. Rechts und links. Wo ist der andere? Der, rechts und links von dem, ähm, ach scheiße. Von diesem Laster. Den. Habe ich. Okay. Och, ich wollte nämlich gerade... Alter. Aber wie kriege ich das jetzt? Ja. Nein. Nein, das andere. Wie kriege ich das Ding jetzt weg? Jetzt war es so ein bisschen überfordert. Ne, vor allem auch, weil... Wie kriege ich denn... Ah, da. Perfekt. Sehr gut. Ey, ich war voll überfordert gerade. Ja, ich merke das schon. Aber Gott sei Dank hatte ich das Schild. Sonst wäre ich jetzt safe down. Wir werden noch gehuntet. Okay. Und wir warten mal ganz kurz. Eventuell kommen die Gegner ja jetzt wieder und dann wollen die hier auch direkt bei ihrem Loadout landen. Okay. Ah, das war mal kurz über... Komm mal hier direkt hier unten mit rein. Komm mal hier mit unten rein. So, und jetzt warten wir kurz. Okay. Leg die mal kurz hin, bitte. Mhm. Wehe dir. Maschallah. Einfach die Hübsche. Naja, die kommen nicht wieder. Ich guck nochmal ganz kurz. Ne, der Loadout... Ne, der Loadout ist immer noch da. Also entweder sind die gerade noch im Gulag drinnen. Doch, doch. Wenn das der Loadout war, ist einer von denen noch am Leben. Mit Sicherheit. Ja, 28 Meter direkt vor uns am Loadout. Okay. Direkt hier am Auto. Direkt im Auto ist einer. Guck du aufs Auto, bitte. Okay. Du meinst den Laster, ne, mit Auto? Ja. Ich seh nix. Oh. Hab ich. Gut. Habs mir doch gedacht, dass der kleine Penis nochmal vorbeikommt. Und jetzt ist der Loadout weg, jetzt sind alle tot. Ah, nice. Weil wenn wir die zwei Gegner töten, die ja an den Loadout wollen, Regina. Ja. Und die kommen ja beide nochmal in den Gulag. Wenn sie dann den Gulag verlieren, verschwindet der ein Loot-Drop. Ja natürlich, weil die den nicht mehr holen können. Wenn aber einer überlebt, bleibt der. Und wir wissen, natürlich wollen die dann an ihren Loadout, weil sie natürlich direkt ihren Waffelset abhaben wollen am Gulag. Okay, gut, na klar. So, wir versuchen mal in das Gebäude zu gehen. Okay. Oh, wir haben auch gut Cash. Ah. 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 Wie weit ist denn der Scheiß weg? 100 Meter. Ja, da müssen wir eigentlich versuchen ranzugehen. Wir haben bei... Also ich hab... Oh ja, moin. Ich hab ganz gutes Cash eigentlich. Hier liegen noch Platten. Ah, ich bin schon voll. Okay. Bleib du mal hier in dem Gebäude. Okay. Oder warte mal. Äh. Bleib du da, bleib du da drinnen. Gut. Ich komm wieder zu dir. So. Dann gehen wir jetzt zu dem ursprünglichen Gebäude. Ich hoffe, dass die Zone da kein Auge macht. Aber eigentlich sollte sie es nicht. Hm. Ich muss schon wieder so pissen. Du hast ja echt eine Mädchenblase anscheinend. Ja, aber ich hab auch zwei Liter getrunken seit ich streamen. Okay. Und zwei Liter Wasser. Kommen wir hier nach oben. Elegant gelöst. Ich hab mich so erschrocken. So hält sie dir Stalker vom Leib. Ja, genau. So, hier haben wir eigentlich erstmal eine ganz gute Pose. Mhm. Und wir warten natürlich jetzt erstmal ab, wie die Zone Arena ist. Bitte bei uns. Bitte bei uns. Bitte bei uns. Oh, okay. Oh, ja, am Rand. Okay. Von hier können wir jetzt eigentlich erstmal nur gucken, ob wir irgendwo was sehen. Mhm. Ach, diese scheiß Vögel. Ich denke, es gibt ja halt nur einen Weg nach oben. Das ist ganz gut. Knapp. Ja, ja. Dieses andere knapp. Ja, die Vögel nervt mich aber, muss ich sagen, auch. Also, die sind sehr fair. Ich glaube, ein Gegner hier vorne ist einer. Hinter dem Container ist einer gelandet. Ja, da kommt doch ein Auto an. Ja, da kommt doch ein Auto an. Ja, hinter dem Container. Pass auf. Ich sehe einen. Unter uns. Auto kommt. Achte, du bist ja aufs Auto. Okay. Hier bei den Containern sind welche. Das Auto fährt. Das Auto fährt weiter. Das Auto fährt weiter. Ah ja, das ist ja perfekt. Oh, bei uns. Komm rein, 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 rein. Bei mir ein Gegner. Ja, jetzt sterbe ich bestimmt. Weil ich... Ach so, doch nicht. Ich hab schon wieder... Diese scheiß Life. Pass auf. Einen hab ich. Okay. Ich muss mich healen. Warte. Pass auf, pass auf, pass auf. Scheiße. Mann. Stirb doch. Ich muss mich healen. Geht nicht anders. Was? Ich will diese... Das war diesmal wirklich so... Einfach mal auf der Tastatur ausrutschen, ey. Die ganze Zeit. Scheiße. Ja, tut mir leid, Regina. Ich muss dann immer... Ich muss dann immer ein bisschen Solo machen, weil... Alles gut. Ist ja kein Ding. Hätte ich mich jetzt nicht gehealt, hätte er mich Safe-Call geholt. Weiß? Ich hab auch nicht genug Cash, um nicht wieder zu brauchen. Ah, fuck, komm schon. Yes. Ja, sehr gut. Dann landen direkt bei mir oben. Kannst du deine Waffen wiederholen? Genau. Hol dir einfach deine Waffen wieder. Da liegen auch genug Platten. Sehr gut. Alles, was das Herz begehrt, liegt da. Hallo? Nein. Der wollte einfach wieder hochgehen. Boah. Nice. Oh, ich muss so... Jetzt geh nicht anders, Regina. Ja. Mach ruhig. Ich camp hier in der Ecke. Du musst mir kurz den Arsch frei halten. Okay. Das hier ist... Ist das meine? Ja, das ist meine. So, bin wieder da. Mhm. Ja, ich hab einfach, was das angeht, wirklich eine Frauenblase. Aber ich trinke halt auch echt viel Wasser im Stream, beziehungsweise Gamers-Oni mit Wasser. Und das drückt halt extrem. Das läuft bei mir so durch. Ja, aber das ist aber auch nur... Hast du das schon immer gemacht? War das schon immer bei dir so? Ich musste schon immer viel pissen, ja. Okay, gut. Ja, aber das ist auch nur gesund. Also das ist... Schlimm ist, wenn du nichts trinkst. Das ist immer ein Problem. Ja, ja. Same. Regina, haust du hier bitte noch eine Platte rein? Oh. Ja, klar. Danke. Komm, wir gehen da hin, in die Richtung. Das Auto hier auf der Seite ist, glaube ich, das Auto, was vorhin bei uns vorbeigefahren ist. Das heißt, eventuell auf der rechten Seite sind auch Gegner. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Okay. Ich geh mal hier oben lang. Ich geh mal hier oben lang. Ah, hol ich mal die Kasse. Ja. Komm, wir gehen in die Zone Arena. Oh, der Bereich, den mach ich ja überhaupt nicht. Front, aber ohne Gamers Univest nicht alle 10 Minuten auf Tod Klo. Wahrscheinlich muss ich wegen dem Pulver auf die Toilette. Du Schlauberger, Digga. Lul. Ich muss auf Toilette, Digga, weil ich die ganze Zeit Wasser trink. Was verstehst du da dran nicht? AMK. Ich glaube, wer meint tatsächlich, wenn das etwas mit Koffein ist, Koffein entwässert. Vielleicht deshalb. Ja, aber... Aber Wasser ist Wasser. Das muss so oder so raus. Also vor allem, wenn du viel trinkst, dann... Von daher. Also das verstehe ich nicht, worauf er hinaus, wer weiß. Also hier sind... Ich habe irgendwie ein bisschen Angst gerade. Du bist jetzt da auch eine Geistklasse, ne? Äh, ich bin ja gestorben. Okay, also hast du keine Geistklasse. Hinter uns Schüssel. Weit weg. Ich werde das Gefühl nicht so los, dass hier Gegner sind noch. Hm. Ja, ja, ich sehe einen Gegner. In das Gebäude ist einer reingelaufen bei meinem Marker. Okay, okay. Ja, 39 Meter vor mir. Ich gehe ein Stückchen weiter. Okay. 21 Meter vor mir. Also in dem Gebäude ist hier einer drin. Mhm. Ich sehe nur einen, ich versuche hier zu pieken durch das Fenster. 12 Meter rechte Ecke. Der ist... Oh. Den habe ich. Okay. Da ist noch einer drin, Regina. Ja. Da ist noch einer drin, du musst mir rückenfrei halten. Okay. Okay. Ja. Der kommt bestimmt gleich raus, oder? Der ist da in der Ecke. Was ist wenn er hier? Der ist da in dem Raum. Dann muss er ja da gleich rauskommen, Mann. Hier ist er. Okay. Aber ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe, ich habe. Gut, 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 gut. Hier. Nimm dir das noch schnell. Und die Platten. Sehr gut. Wir versuchen in das Gebäude zu gehen. Okay. Oder an das Gebäude. Und ich sehe einen Gegner. Da vorne ist ein Gegner. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Hinter dieser Mühle? Ja, ja. Ja, ja. Bitte piek einmal, bitte. Da und. Ich pushe rüber. Der ist noch dahinter. Ja, genau da. Der wiederbelebt. Da sind die Regina. Der hat wiederbelebt. Ja. Auch Granate. Die Zone. Ich sehe nichts. Der ist direkt vor mir. Hier hinter. Ich brauche jetzt eine Hilfe hier. Okay. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Ja, sehe ich. Sehe ich. Ich habe. Komm mir her noch hin. Wichtig. Sehr gut, Regina. Okay. Du machst die meiste Arbeit, aber er sagt, sie machst ja gut. Ja egal, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Oh, Schüsse. Schüsse, ja. Echte Seite unten am Berg. Die snipen. Wir müssen in die Zone. Ja egal. Komm, wir laufen hier über außen. Hier längs. Ach, du bist in dem Gebäude drin. Nee, ich bin oben drauf. Ach, du bist oben drauf. Okay. Ich versuche da erstmal an die Steine zu gehen. Okay. Vor mir Gegner, vor mir Gegner. Ich bin, ich brauche. Kannst du drauf schießen? Ich sehe, ich sehe nicht wo. Am Baum, am Baum, am Baum. Ah, ich bin da und der hat mich direkt, ja. Ja. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Vielleicht schaffe ich es noch, aber... Womit habe ich es selber gehört? Nee, hab ich... Ja, nee. Scheiße. Ah ja, der hat so eine Sniper Dings. Ist auf die Zone. Ja, einer ist hinter mir. Moment. Oh, nice. Ich habe hier so eine Scheiß Deckung. Das kannst du halt wirklich nicht ausdenken, ne? Oh, was zum Teufel. Ach, mit ab. Ah, shit. Oh nein, beiden Seiten. Ja. Schade, schade, schade. Ah, ärgerlich. Es war so eine schöne Runde. Mhm. Aber so eine Scheiß Endzone. Guck mal. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, aber wenn das von beiden Seiten, dann da kommt es auch, also... Schade. GG. Eine andere, bessere Position. Ich hätte vielleicht auch... Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste Richtung Bäume laufen. Und der Typ hinter mir wieder in den Büschen mit RPG. Egal, aber guter Abschluss. Regina, ich danke dir für deinen Support in den Runden. Ich danke dir für deine Nerven, die du für mich opferst. Easy. Küst dann an dich, wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao, ciao.